hallo meine sehr verehrten freunde der aufgehenden sonne ich bin's wieder euer master zelper und heute machen wir mal ein neues beauty unboxing ja los geht's heute haben wir chorlachsen chorlachsen ist ein sehr interessantes mittel was eure muskeln wachsen lässt und euch rechtlich stark aber zuvor ich habe hier die produktbeschreibung des produkts wie sie auf amazon steht und die möchte ich natürlich nicht vorenthalten ich würde sagen lesen wir uns doch mal durch chorlachsen ist ein wissenschaftlich entwickeltes stickstoffdioxid präparat das den testosteronspiegel anhebt pure muskelmasse aufbaut und den körper schnell und definiert erlebe beispiellosen kraftzuwachs verbrenne körperfett maximiere deine energie und verwandle deinen körper in eine unaufhaltbare steinharte maschine ralaxen ist das wissenschaftlich am meisten entwickelte muskelaufbau präparat das jemals geschaffen wurde garantiert unser ralaxen rezeptur lädt im wahrsten sinne des wortes auf der monikular ebene deine dna auf und schafft straffe klar definierte muskeln sorgt im schlaf kein extra training nötig für sofortige resultate horlachsen ist reich an seltenen bestandteilen die du für deine starke muskulatur brauchst also brauchst du keine dieser furchtbaren pulvertrinks mehr in dich hinein zu kippen oder fünf verschiedene pillen mit zum training schleppen rechne es dir selbst aus der kauf all dieser produkte kann dich endlos viel geld kosten aber horlachsen vereint die gesamte power in einem einzigen ultimativen muskelaufbau präparat wenn du erwiesen resultate willst und einen schlanken starken und sexy körper der alle aufmerksamkeit auf dich legt dann brauchst du ralaxen jetzt ich möchte nur mal ein paar sachen daraus hervorheben und genauer hinterfragen hier steht ralaxen verändert deine dna und schafft straffe klarer muskeln erstmal meine dna meine dna ist unantastbar oder wenn man die dna verändern könnte könnte man einfach das x-chromosom zum y-chromosom machen und man würde sich sehr viele geschlechtsreparationen sparen interessanter blickpunkt aber man kann die dna nicht verändern man kann ja muskeln schaffen das kann man aber das ist auch nur durch training und selbst wenn dein körper nicht für muskeln geeignet ist wachsen irgendwann muskeln wenn du viel testosteron fressen und was ich interessant finde diese pillen sind doch für frauen und frauen haben kein testosteron und wenn die einen hohen testosteron spiegel haben ich weiß nicht ob männliche hormonen im weiblichen körper so optimal sind ja auch ich weiß es nicht also ich würde es jetzt als frau nicht unbedingt essen wollen als mann würde ich schon nicht essen wollen klar definierte muskeln im schlafen im schlaf muskeln wachsen lassen das glaube ich nicht oh jetzt hat es geklingelt kurzer cut die post war da ja die post hat mir gerade dieses mit ihr gebracht aber das geht dann in einem nächsten unboxing weiter geht's mit hollaxen so wir haben jetzt sowohl geredet dass hollaxen eine sehr interessante produktbeschreibung hatten ich würde sagen jetzt gehen wir mal zum produkt über also produktbeschreibung kann weg so 32 streiten stücke nach unten gerannt die poste empfangen war wieder stress so hollaxen nahrungsergänzungsmittel mit agen alpha kekulak 36,1 gramm a 60 kapseln so sieht das erstmal aus hm ich finde diese illustration von diesem starken ritter auf seinem strammen ross finde ich ziemlich interessant wir haben hier tagesverzehrmenge 1-2 kapseln am tag am besten vor dem training auf nüchteren magen am besten vor dem training haben wir nicht gerade noch gesagt dass wir das im schlaf machen die angegebenen empfohlen der tägliche verzehrmenge darf nicht überschritten werden außerhalb der reichweite von kleinkindern lagern nahrungsergänzungsmittel sind kein ersatz für eine ausgewogene absurderungsernährung sowie eine gesunde lebensweise dann steht das wahrscheinlich mehr auf englisch irgendwie ist der englische text nur in 1 zeile ich lese den englischen text nur vor also die gleiche beschreibung tag 1-2 capture 30-60 minutes pre-war to work out on mts damage irgendwie ist der englische text ein bisschen anders als der deutsche nicht für verbraucher unter 18 jahren geeignet schwangere und stillende sollten vor dem gebraucher einen arzt konzentrieren ich bin schwanger darf ich das restaurant mittel nehmen seid ihr verräumt ähm hier mach mal der tab ich seh grad ich hab's handy schon wieder ne ich hab's in die richtigen leitung ich musste nämlich gestern schon einige videos drehen wenn ich zu blöd dazu war was haben wir hier nahrungsergänzungsmittel 60 kapsel new item hm 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 mal machen wir ich lesen mehr was da drunter steht euer wisst immer unter den aufkleber und steht immer das interessanteste drunter was kann ich mit der so ich glaube es ist so ganz so Hörner eft ok ich hab gerade die ganze Buch hier abgebissen ja gut äh ich versuch's mal trotzdem noch zu lesen äh na nährstofftabelle zutaten gelantine ketoarge trennmittel Speisefettsäuren-Siliziumdioxid kann Weizen enthalten. Achtung. Ja, da steht noch die Adresse von den Firmen da. Scheiße, ich hab das kaputt gemacht. Jetzt sieht das auch meiner Sammlung der Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr schön aus. So, erhalten tut sich's bis 9 2019. Die Unterseite ist wieder NICHTS. Ich musste pikeln mal das mal auf, wir schauen uns über die Mina auf, wenn das dinge aufgehen. Tatatataa dann haben wir hier seal, for your protection. Das ist schon wieder eine geile Verpackung. Das ist doch Kokain... Moment Leute... Das ist doch eindeutig Kokain... Das schniffeln wir jetzt... Ups... Guckt euch das mal an... Also... Ohne Witz... Jetzt hört euch mal diese Struktur an... Wie könig das ist... Sieht irgendwie... Gefährlich aus... Handy scharf steht... Okay, steht nicht drauf, aber trotzdem guckt euch das mal an... Okay, dann lassen wir das jetzt mal... So... So, 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 so... Solltet ihr mich wieder sehen... Ja... Das geht noch nicht mehr wieder... Scheiße... So... Wasser, 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 Wasser... Hab ich hier... Auf ein gutes... Haut rein... Nach staff... Knottel... Mach dich stark und kräftig... Pöp... 51 Nehe... Halut ist das... 登録 www.Zaster.tv Die Latte werden Methoden... In Anbietig Masindate... Ver nozzle diagnosed... Die Latte... In Anbietig Masin... In Anbietig Masin... Vielen Dank.